Oh so, oh so YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Wir sind wieder dabei, 18.000 Punkte zu sammeln und zwar in drei Runden mit unendlicher Zeit. Das heißt, wir wollen genau herausfinden, wo wir in Geotastic, nein, in Google Maps abgesetzt werden. Und Geotastic wird uns helfen, herauszufinden, wo das ist, im besten Fall. Und wir starten mit Runde 1. So. Argentinien, na, das glaube ich nicht. TK. TK. LK. LK, Lok, LK, ich weiß nicht, was LK ist. Lambo Fashion und LK. Laos. Laos hat nicht so eine Abdeckung. Wine Store, Jaffna Road, Rampaya. Okay, wir gucken einfach mal. Rampaya. Jaffna, also, okay, wir sind auf jeden Fall hier, weil Jaffna liegt hier. Und wir sind auf der Jaffna Road. Jaffna ist da oben. Das heißt, die Stadt muss irgendwo hier sein, weil die Straße nach da führt. Rampava. Rampava. Krampava oder Rampava? Parantan. Die haben zum Glück nicht allzu viele Städte, aber, oder, sie sind generell nicht so groß, aber man muss trotzdem hingucken. LK was Sri Lanka. Okay, danke. Das hilft. Also, das kann ich mir nicht merken. Das würde ich auch immer, sowas würde ich googeln. Ich kann mir gerade so Sachen, warum das Sri Lanka ist. Lanka. LK. Weiß nicht, ob das die beste Abkürzung ist. Ich weiß auch nicht, wie Sri Lanka in der eigenen Sprache oder in Englisch heißt. Vielleicht Lysankar oder Likankar. Keine Ahnung. Und deswegen LK. Aber Jaffna war ja eindeutig. Von daher. Kampava. Okay, aber Kampava sehe ich jetzt. Ich sehe Ampara, nicht? Ich sehe Dampara. Andampan. Das sehe ich alles. Aber Kampava sehe ich jetzt nicht. Müsste aber auch was Größeres sein. Eventuell ist es auch ein Stadtteil in Jaffna. Das wäre natürlich auch noch so ein Ding. Karinga, Kalaponi, Pilampulam, Saravani. Kavedevi, Polikandi. Wahrscheinlich ist es auch wieder was Riesiges und ich sehe es einfach nicht. Aber ich meine, was soll ich sonst für Informationen kriegen? Ich weiß genau, wo ich bin, nicht? Ich weiß das Land. Ich weiß die, äh, die Stelle. Ich finde nur die Stadt nicht auf der Karte. Da kann mir das Spiel auch nicht viel helfen. Vielleicht hilft das hier. Kandi ist 141 weg. Das ist immer gut. Kandi, 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 Kandi. So, Kandi liegt auf der A9. Minhintale ist noch bei uns. Minhintale. Minhintale, okay. Und das liegt Richtung Süden. Also sind wir in Rambeva. Ah, okay. Nicht Rambafa. Rambeva wird anders geschrieben. Okay, dann kann ich ja lange probieren. Äh, das hier ist die Abfahrt, nicht? Nach Andahuhuhurapa. Ja. Passt perfekt. Und das müsste die Jaffa Road sein. Kandi, Jaffna Highway. Passt. Und wir stehen direkt an der Abfahrt. Richtung Süden gucken wir. Also sind wir schon vor der Bushaltestelle. Die Bushaltestelle ist, glaube ich, das hier, oder? Und wir stehen schon da, wo die Straßen kurz zusammen gehen. Mal mal, von den Häusern her stehen wir. SL Sierra Leone. Kann sein. Das ist noch so eine Einfahrt, oder? Ich würde sagen, das hier ist das hier. Das hier ist das da. Nee. Das hier wäre das hier. Der Pharmacy. Aber mal, wir gucken nach Süden. Und das geht nach Westen weg. Dann ist dahinter die Pharmacy irgendwo. Und die Sachen gar nicht eingezeichnet. Juweliergeschäft. Zwölf Meter. Da standen wir. Ah, okay. Das ist echt nicht... Guck mal, da sind wir nicht mehr langgefahren. Hä? Hä? Ich bin noch hier reingefahren. Okay, also... Hier ist irgendwas nicht sehr akkurat gewesen, nicht? Ich glaube, der Knick, da war ich schon in der Straße drin. Die geht hier so, aber das ist nicht eingezeichnet. Und der Startpunkt ist nicht ganz... Der ist halt auf die Junction einfach gesetzt worden. Aber das ist nicht der Startpunkt. Guck, ich bin ja da. Ich kann nie hier gewesen sein. So viel zur Akkurazität von Startpunkten, nicht? Manchmal ist nicht der Spieler schuld, sondern das Spiel. Also ich bin auf jeden Fall dichter an dem eigentlichen Startpunkt dran, als der eigentliche Startpunkt. Jawohl! So muss man das Spiel spielen. Das ist nochmal ein Bonus-Erfolg. Runde zwei. SR für Suriname. Boah. Aber das ist ja logisch, nicht? Suriname, Sierra Leone. Aber klar, wenn was doppelt ist, dann muss irgendeiner weichen. Aber woher soll man wissen, wenn man es nicht auswendig weiß, welcher dann der Sonderfall ist, nicht wahr? Cedar Walk. 5.099 hätte ich maximal verdient. Ich hätte 6.001 dafür verdient, weil ich ja genauer war als das Spiel. Das heißt, ich habe ja das Spiel besiegt. Das ist doch Linksverkehr. Ich würde auf Neuseeland tippen. Undertaken, Bolt. Mobi. Ja, sehe ich nichts leider. Cronburn Village. Okay, wir wissen die Stadt. Das ist eine Karte, oder? In Isle of Men sind wir. Ach du Scheiße, hätte ich nicht erkannt. Gut. Okay. Und wo sind wir hier? Aber spätestens, wenn ich jetzt in die Sonne geguckt hätte gleich, hätte ich gewusst, ich bin nicht da. Süden. Das heißt, wir sind im Norden. Aber es sieht, ja klar, Isle of Men hat eigentlich immer so ganz schmale Straßen. Und die Häuser waren recht groß für die Ecke, nicht? Und das sieht eher aus wie so ein... Ja, das sieht hier echt neuseeländisch aus. So ein bisschen größer. Und auch diese Dinger hier nicht so... Das sieht eher so amerikanisch angehaucht aus. Beachwood Rise. So, wie hieß das Village? Cronburn Village. Cronburn Village. Muss ja was Größeres sein. Wenn's so gut aufgebaut ist. Cron... Key... Wadry... Nox Harry... Breaker Grove... Cronburn Village. Cron... Burn... Cron... Burn... Wom können wir nicht in Douglas starten? Oder Cale-Sitan? Obwohl, einmal war ich in Douglas. Ist echt... Nicht schlechter. Kann man eigentlich Urlaub machen? Äh... Close Clock? Cronberg. Cronberg. Okay, wir fahren mal vorne. Da muss ja stehen, welche Straßen hier kommen. Äh... Grüne Schilder im Blick halten. Nur offizielle Fahrzeuge. Haltet euch da bitte dran. Okay, und da kommen schon die Schafe. Spätestens jetzt hätte ich, glaube ich, gezweifelt mit dem Friedhof, wo wir sind. Da ist das grüne Schild. Das Glücks. Grünes Glücksschild. Willkommen, Douglas geht nach Süden. Das heißt, wir sind schon mal hier. Und die TT Road. Was soll denn TT sein? Komm, schreibt ihr nicht A47 hier ran. A23, da haben wir was. Die A's sind hier aber auf den Straßen draufgeschrieben. Ganz klein, nicht? A18, A74... A10... A13, A14, A17, A10... A10... Aber wir können ja nicht... Wenn ich jetzt weiter runtergehe... Da komme ich ja direkt nach Douglas... Come in and find out. Wer kennt's noch? Ah, das ist Litte Switzerland. Natürlich. Schweiz hasst diesen Trick. Alles, was cool ist, wird einfach nach Schweiz benannt. A20, A27... Aber die Piel geht doch auch nach Süden. Gut, aber die Straße kann sich ja drehen, nicht? Okay, und die A23 geht aber nach Norden. A36, A26, A24, A23. So dicht sind wir. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Crogburn Village. Denn ist das ein Stadtteil, kann das sein? Ich meine, wir kommen auf die A1 und A5. Das ist die A1. Und die A5 Richtung Süden. Das heißt, wir sind wirklich hier irgendwo. Und wir kommen an diesen Kreisverkehr. Also hier. Das heißt, wir stehen... Oder da ist noch ein Kreisverkehr. Irgendwo hier. Und unsere Straße hieß... Die hatte doch einen schönen Namen. Cedar Walk. The Lodge. Strange. Dr. Strange. Äh, ich... Ich fahre mal kurz Richtung... Ah, wir gehen Osten-Westen. Aha. Boah, meine Nase juckt. Dann kriegt man einen drauf, sagt man. Ah, guck mal, hier auch. Hier ist auch ein Kreisverkehr. Dann sind wir hier. Kann ja auch nicht sein. Gucke ich ja nicht auf den anderen Kreisverkehr. Wart mal. Ich komme auf diesen Kreisverkehr. Oh. Upsi. Pff. Pff. Ich liebe es, wenn die Maus außerhalb des Bildschirms rutschen kann. Beim Ziehen hier. Und dann ist alles verrückt. Also wir haben hier einen Kreisverkehr, aber hier ist ein Krankenhaus. Wir haben zwei Kreisverkehre, aber wir fahren Ost-West. Hier ist einer. Hier wäre aber keiner. Hier wäre einer und da wäre einer. Peel Road. Wie heißt die andere hier? Stand doch noch ein Name. Bechwood Rice. Hier ist ein Kreisverkehr und hier. Hier ist ein Kreisverkehr. Hier ist ein Kreisverkehr. Aber das ist nicht Bechwood Drive oder steht nicht dran. Bechwood Rice. Haben wir hier noch woanders Kreisverkehre? Ja gut, da kommt noch einer. Ich meine, das geht nach Nordwesten, Nord-Osten, Südenwesten, nach Nordwesten. Die hier gehen nach Nord, nee, hier nach Nordwesten geht nix. Wir fahren mal zum anderen Kreisverkehr. Wir fahren wirklich leicht Nord-Ost, jetzt Osten. und der geht auf die A2. Du bist, was? Du bist die A5. Du bist die... Also diese Anzeigen. A1. So, wo ist die A2? Da. Nach Nord-Osten geht es auf die A2. Okay. Nord-Osten auf die A2. Jetzt brauchen wir Kreisverkehre. Jetzt brauchen wir Kreisverkehre. Dann sind wir doch mittendrin. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und West-Ost geht unsere Straße eigentlich. Das tut sie hier nur nicht. Peer Road. Da haben wir sie. Aber die geht doch nicht West-Ost. Die geht hier ja laut Kompass ganz leicht Nord-Ost. Wo soll denn das sein? Das wäre ja hier unten. Also... Und wir haben zwei Kreisverkehre. Hier die Peer Road. Aber die geht ja in Nord-Süd. Irgendwie passt das nicht, oder? Also irgendwas... Entweder stimmt der Kompass nicht und das ist nur Mini-Kreisverkehr. Also leicht. Ganz leicht nach Süden fahren wir. Zwischen zwei Kreisverkehren und dann wieder nach Westen. Sogar länger als ich denke. Okay. Kann mir nicht gleich ein Kreisverkehr? Oder bin ich abgebogen auf... Oh, ich bin abgebogen auf den Kreisverkehr. Das ist mein Fehler. Okay. Also nach Westen... Ach doch. Nee, nee. Da kommt der Kreisverkehr. Aber ganz weit weg. Okay. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Okay. Also wir haben... Ja, eigentlich können wir ja dann... Ist das der hier? Mal mal. Der hätte nach Norden... Ja, wir kommen ja vom Westen daran. Komm im Westen auf den Kreisverkehr. Okay. Und der geht nicht mehr weiter. Das ist zu gebogen. Und der Name passt ja, Peel Road. Aber die Ausrichtung passt nicht. Oh, ich traurig. Sedderwalk. Sedderwalk hieß das, nicht? Nicht Peel. Warum bin ich auf Peel so? Sedderwalk. Peel habe ich irgendwo anders gelesen. Es kann doch nur sich hier um... Millimeter handeln. Vor allem die Straße kann ja nicht so klein sein. Die muss ja so laufen und dann so. Okay. Wir... Wir müssen... Wir müssen das genauer checken. Jetzt... Jetzt brauche ich... Konzentration. Und Energie. Wir müssen was trinken. Es ist warm. Crunkburn steht in der Map. Okay. Crunkburn steht in der Map. Okay. Ja, ich muss gestehen, ich sehe es nicht. Und da steht ja das dran. Crunkburn. Ich sehe kein Crunkburn bei mir. Das hier ist schon viel zu weit südlich. Außerdem... Dann würde ich auch erwarten, dass Castle Town dran steht, nicht? Wenn wir so weit südlich wären. Und hier oben können wir eigentlich auch nicht sein. Können ja nur in dem Bereich sein. Wie kann ich das jetzt besser eingrenzen? Ich kann ja mal hier reinfahren. So ein Gefühl für die Umgebung kriegen. So, die geht rein. Okay, die teilen sich. Hier geht es auch nicht viel weiter. Also, das ist nur ein ganz kleines Ding. Mit ein paar Häuschen. Richtung Nordwesten. Nord, Osten, Süd, Westen. Also, wirklich nicht viel sowas hier höchstens. Sind die Straßen nicht... Ich fahr zu dem Kreisverkehr da noch mal und noch mal weiter. So. Das geht nach Süden. Hier haben wir einen Ausblick. Wir sind auf dem Hügel. Das heißt, eher hier oder da... Ich denke mal die, weil das die einzige West-Ost-Straße ist. Aber die passt nicht. Das macht mich traurig. Oder halt die. Aber die passt halt auch nicht vom Namen her. I of Man Business Park. Oh. Wo führst du hin, Kreisverkehr? Sag mir das noch mal. Wo war das Schild? Hier war das Schild. Hm. Nach Onscha. Okay, aber das sind alles große Sachen, nicht? Aber... Es geht nach Süden. Abbeylands. Sehen wir Abbeylands. Das geht jetzt nach Norden. Abbeyland ist nach Norden. Da kann ich mich so orientieren. Die Frage ist, wie weit im Norden? Ich sehe kein Abbeyland. Warum steht hier nicht Brett dran? Warum steht nicht Coil dran? Warum steht nicht Union Mails dran? So was verstehe ich immer nicht. Ich meine, wozu steht das überhaupt bei Google drauf? Wenn es das gar nicht gibt dort. Damit ist doch gar keinem geholfen. Was ist Abbeylands irgendwo hier ganz oben? Nee, Piel, nicht? Es geht nach Piel. Nach Süden. Nach Sü... Aber nach... Warum denn nach Süden? Über die A1. Das macht doch gar keinen Sinn. Und nach Osten über die A2. Okay, das macht Sinn. Das Onsha. So. Und dann die A18. Da geht Ramsey. Also irgendwo hier müssen wir sein. Aber warum das nach Süden geht... Oder bedeutet Flughafen nach Süden. Von hier. Ach, da steht A5. Oh. Okay. Über die A5 zum Flughafen nach Süden. Alles klar, da ist der Flughafen. Und Piel geht über die A1. Aber nicht über Süden. Süden bezieht sich nur auf den Flughafen. Alter. Da brauchst du ja ein halbes Studium, um diese Schilder zu lesen. Wenn du da noch nie warst und mit dem Auto fährst, verfährst du dich ja auf jeden Fall. So. Nobles Hospital geht auch da drüber. So. Das heißt, wir sind hier schon in der richtigen Ecke. Abbeyland sehe ich trotzdem noch nicht. Bellhammer. Water Horse. Tromodore. Okay, wir fahren einfach mal auf diesen Kreisverkehr. Und wir fahren einfach mal weiter. Einfach nach Norden. Ich brauche ein Gefühl. Einfach für irgendwas. Okay, die geht sehr lange, sehr nördlich. Das Hospital habe ich hier gesehen, aber das hilft ja nicht. Da steht ja nur, du erreichst das Hospital über die Autobahn. Das ist schon klar. Und dass es nördlich ist. Da steht ja nicht dran, Krankenhaus in einem Kilometer. Das würde mehr helfen. Da steht nur dran, Krankenhaus. So. Und dann geht sie nach Westen. H. drüber. Hallo, Kuschins. Ich muss hier mal kurz lang... Ah. Ich habe mich gerade gewundert. Was ist das? Westen. Ja, also mir ist auch die... Sag ich ja jedes Mal... Also die Schrift bei Google Maps ist echt nur für Leute mit 200% Sehstärke gemacht. Jemand mit Brille kann viele Sachen gar nicht richtig lesen. Also das hier zum Beispiel kriege ich kaum gelesen. So. Abbeyland. Bordwyn. Also Bordwyn geht nach Westen. Norden, Norden, Süden, Westen. So. Bordwyn. Wo ist Bordwyn? Ich kenne Brasala. Bordwyn. Bordwyn. Hier sind wir. Die sind wir hochgefahren. Die sind wir gerade hochgefahren, oder? Oder die? Weil Bordwyn geht jetzt nach Norden, Osten, Süden, Westen. Die sind wir also hochgefahren. Das heißt, Abbeyland ist hier. Oder was? Nach Norden. Steht also nicht auf der Karte. Das ist schon mal gut. Warum sollte man es auch in die Karte schreiben? Wäre überbewertet. Und sowas wie Injilbrek taucht zwar hier nirgendwo auf, weil keiner da wohnt, aber man schreibt es hin. So, Hilberry geht nach da. Das heißt, wir sind hier gerade. Irgendwo. Eigentlich sind wir in der Kreuzung, nicht? Wir sind ja auch einmal rumgefahren. Und hoch. Also so ganz hier sind wir. Okay, dann kamen wir von hier. Und das ist unser Kreisverkehr. Und dann sind wir in der Johnny-Watterson-Road. Aber bei der war ich doch vorhin. Da ist Crockborn Village. Aber das macht doch gar... Hä? Aber die Straßennamen passen nicht mehr. Hier bin ich doch vorhin langgegangen. Aber die Straßennamen passen nicht. Das ist merkwürdig. Da, Setter Walk. Da geht der rein. Aber dann steht der doch falsch, oder? Ach, der meint die Seitenstraße damit und nicht unsere. Oh. Okay, da kann ich ja lange nach Setter Walk suchen. Das hier ist der Setter Walk. Oh. The Sherry WMK. Oh, The Sherry Walk. Mein Gott. Okay, ich dachte immer, die ganze Straße heißt so. Und das ist Bashwood Rise. Da ist sie. Ja. Mein Gott. Hier bin ich aber langgegangen, was die einzige Ost-West-Verbindung war. Aber ich war hier am Anfang. Und ich bin bis zu dem Kreisverkehr gegangen. Aber ich habe halt in der Zoom-Stufe Setter Walk gesucht. Ah, da, Bashwood Rise hätte ich sehen können. Aber da hatte ich, glaube ich, als ich gesucht habe, noch nicht auf diese Straßenschick geguckt. Das kann sein. Mein Gott. Das hätte wirklich einfacher laufen können. Bang. So. Drei Meter. Und damit Runde drei. Endlich mal. Oh. Das. Au, au. Au, au. 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 A wild guess. Ich mache mal einen sehr wilden guess. Entweder sind es die Philippinen. Oder. Ah. Ah. Ich sehe sie nicht. Da. Oder wir sind auf. Da. Irgendwo. Eins. Eins von beiden. Aber ich glaube eher Philippinen. Weil ich glaube, die Pictor-Inseln hatten keine befestigten Straßen. Und da startet man meistens oben auf dem Berg. Mal gucken. Ich war vorhin weiter nördlich da. Ah. Ja. Ich habe weiter nördlich angefangen. Achso. Wenn das so klein steht. Nicht. Das überlebt. Liest man einfach. Oh. St. John. Okay. Es könnten auch die amerikanischen Jungferninseln sein. Aber. Okay. Oder das. Pictor. Englisch. Slowdown. Vielleicht doch richtig geraten. Auf jeden Fall haben wir eine Insel. Nicht. Mit sehr viel Wasser im Süden. Es gibt ja noch die hier. Aber ich glaube, die war nicht bewohnt. Nicht. Da war nur ein Haus. Ansonsten gibt es noch. Ich glaube, die war nicht drauf. Ich glaube, die war nicht drauf. Ich glaube, die war nicht drauf. Oder ist sie da. Oder ist sie da. Wahrscheinlich dahinter, oder? Dann wäre sie im Süden. Dann wären wir im Norden. Okay. Die 104. Swim with Turtles. Vielleicht Guam? Ist Guam nördlich? Guam wäre nördlich. Oder nördliche Marianne. Könnte auch noch sein. Auf jeden Fall irgendwas Englisches. Lot for Saber Owners. Acres. Great Breeze. Beautiful Views. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und hier bist du auch sicher, wenn das Wasser mal steigt und die Insel ein bisschen untergeht. Aber hier kriegst du nichts geliefert. Hier musst du Wochen warten auf dein Paket. Wir sind auf jeden Fall auf der 104. IslandRealEstate.com Hilft uns auch noch nicht. Könnte auch noch so was sein wie amerikanische Jungferninseln oder sowas. Wir sind auf jeden Fall auf der 104. Wenn wir wissen, welche Insel. Gut, wir können jetzt auch schon nach der 104 suchen. Aber das macht wenig Sinn, glaube ich. Wenn ich jetzt 20 Inseln abklappe nach einer 104. Aber die Pick der Insel fallen raus bei einer 104. Ich glaube nicht, dass die mehr als zwei Straßen haben. Virgin. So, siehst du? Und da haben wir schon den Hinweis, den wir brauchen. Wir sind auf den amerikanischen Jungferninseln. Wir sind auf der südlichen Seite. Wir sind auf Bergen. Also hier. Hinten. Irgendwo dort. Auf der Straße. Und wenn wir jetzt Virgin Grand Estate wahrscheinlich sehen. Ja. Dann haben wir den Punkt eingegrenzt. Insofern die hier irgendwo auftauchen. Wir sind ja mitten in den Bergen eigentlich. Aber nach Süden sehen wir Desert on the Island oder Dessert on the Island. Man weiß es nicht. Wir können natürlich auch hier sein und gucken einfach über alles rüber und sehen den Rest nicht. Sosabees. Ach so. Die 104 haben wir ja. Aber ich glaube nicht, dass hier eine 104 eingezeichnet ist. Hm. Okay. Britische Jungferninseln. Die gibt es noch. Und die haben auch keine 104. Ich meine, die haben gar nicht so viel Straßen, dass die die nummerieren müssten. Gut. Die könnten sich auch noch hier befinden. Nicht die Virgin Real Estates. Das können wir ja auch mal am Blick haben. Ich meine, die haben auch viele Berge. Und hier kann es durchaus ja auch amerikanische Buena Vista mal wieder entdeckt. Dinger geben. 139. 136. 116. Und er hat 101. 102. 106. 105. Ich riech dich doch, du 104. Aber allein von ihrer Position würde ich sagen, die passt da nicht. Muss ja irgendwo hier sein. Wenn hier die 2 ist, hier die 3, hier die 5, dann muss hier irgendwo die 104 abgehen. Theoretisch. Aber ich sehe 119, 120, 105. 114. 102. 101. Und sie muss durch die Berge gehen. Das wäre kein Problem. Hier sind überall Berge. Ich glaube nicht, dass wir hier sind. Was könnte es sonst sein? Oh, ich kann hier gar nicht weiterfahren. Ich wundere mich die ganze Zeit. Ich klicke und es passiert nichts. Okay. Wir fahren jetzt über irgendeinen anderen Weg. Im Nirgendwo. In den Grand Virgin Real Estates. westlich haben wir auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall so eine vorgeschobene Insel ohne Landverbindung. und die ist so doppelt. Und die ist so doppelt. Was könnten die hier sein? Das heißt, wir wären hier irgendwo. Hier gibt es keine 104. Was bei dem britischen nochmal? Oder amerikanischen? Haben wir da sowas auch? Hätten wir sowas gar nicht. Bei dem britischen? Auch nicht wirklich. Okay. For Sale. Vacation Home Realty. David. Blablabla. Gehört das zu den USA? Wusstet du gar nicht, dass es die Jungfern in den Sinn gibt. Siehst du mal? Wieder was gelernt. Weiß. Also es heißt US Virgin Islands und die anderen britisch. Also gehe ich mal von aus, dass die da irgendwie dazugehören. Okay. Hier können wir nicht mehr weiterfahren. Das heißt, in die Richtung geht es nicht weiter. Oder sind wir von in die? Ich weiß nicht mehr, in welche Richtung ich gefahren bin. Ich glaube, ich bin nach Westen gefahren, nicht? Auf die Häuser zu. Okay, dann fahren wir jetzt mal nach Osten. Hä? Okay. Ich meine, wir haben eine gute Position, nicht? Wir haben sofort einen Straßennamen. Wir müssen nur kurz die Insel identifizieren. da sind auch noch zwei Amis Inseln. Ja, aber die würde ich fast ausschließen, weil die nicht drin sind, soweit ich weiß. Aber, warte, von wann sind die Bilder? 2017. Also, recht alt. Heißt aber nicht, dass sie nicht schon früher aufgenommen wurden. Du Scheiße. Ditlev Point. Truth Bay Realty, Wanderfraud, Ditlev Point. Okay, das finden wir doch. Wir haben eine Karte. Karte immer gut. MermetShare. Die muss nach... Na, guck mal. Aber das ist so... So sieht die ganze Insel aus? Dann passt das ja so oder so gar nichts, nicht? Da würde die hier eher passen. Also, ich bin ja auch nur auf die aufgesprungen. Also, sofern die Ausrichtung stimmt. Vielleicht haben sie sie gedreht für die Karte. Aber selbst dann passen die beiden nicht. oder ist das halt nur dieser Turtle Bay Beach? Der hat schon so ein bisschen die Form. Korall Ocean Park. Tropical Point, Dorothy Point, Kessel Point, Fluk Point, Stumpy Point, Border Point, Botany Point, Salty, Wes K, David Point, Lucas Point, Black Point, Mosquito Point, Limestone, Sprat, Droof Point, Elephant Rock, Sandy Point, Heaven Side Point, okay, allein Point Knoll, bla bla, nicht? Patrick Point, Red Point, Barefoot Point, Water Point, Calf Point, Dog Point, Dog Rocks, Welk Rocks, Breater Point, Cabbage Point, die Frage ist halt, in welcher Zoom Stufe, wo, sehe ich ihn nicht? Bull Point, Masos Point, Leap Point, Eva Point, Mandal Point, Pikara Point, und da sind wir wieder bei den Tropaco Point. Also, hier sehe ich es erstmal nicht. So. Was haben wir hier? Da war der Leap Point, wenn ich die drehe, die Inseln, Kongo, Kongo, Kay, Karvel, also das hier passt eigentlich am besten von dem, was ich da auf dem Bild sehe. So. Perkness Kay, Maho Point, Anna Point, Ernie's Point, Privateer Point, Harbour Point, Ram Head, das hier könnte es sein. Nanny Point, Kittle Point, Bobby Point. Ich meine, wir gucken ja südlich, nicht? Das heißt, wir müssen das ganze Bild drehen. Aber ich glaube, das ist wirklich, das geht so von der Insel ab. Das könnte halt auch einfach nur sowas sein, nicht? Und bis hierhin nur aufgeschrieben. Ditlef Point, hier, da ist es. Genau das ist es. Okay. Die zweite Insel. Okay, aber warum gibt es eine 104, wenn es keine 104 gibt? So, wie sind wir da hingekommen? Wir sind irgendwie über die und die Frage ist, wo stehen wir denn gerade? Da ist der Ditlef Point, da hinten, oder? Wir sind nicht an dem Punkt, das heißt, wir stehen Seas Edge, würde ich sagen. Weil sonst würden wir Wasser sehen. Wir sehen aber das hier, also müssen wir hier oder Boatman Point stehen. und wir haben aber nur eine Bucht zwischen uns, also stehen wir hier. Das heißt, wir sind hier rüber gekommen und dann Virgin Grand Boulevard, da sind wir reingekommen, nicht wahr? Das heißt, irgendwo hier. So, jetzt gehen wir zurück und hinter uns ist ja ein Straßenname. Ospreyter. Jetzt müssen wir Ospreyter nur finden, dann haben wir es. Ospreyter, Ospreyter. Ospreyter. Da sind wir, also stehen wir hier. Puh. Kann nicht die Straße gewesen sein. Meinst hier? Also wenn, dann standen wir hier und haben auf den Hügel geguckt noch. Oder hier standen wir und haben hier hingeguckt. Das kann sein, dass wir hier standen. Aber wir können nicht hier gestanden haben irgendwo, weil wir hier ja was vorhatten. und zwar ziemlich viel. Wir hatten eine Bucht. So, und ich bin aber, guck mal, wir müssen hier gewesen sein, weil ich bin ja hier lang gefahren. Aber eben bin ich nach Osten, nicht? Und dann bin ich aber hier runtergesprungen. Und dann bin ich irgendwo hier gelandet, wo ich nicht weiß, weil ich nicht, weil er mich einfach runtergesetzt hat. Also ich kann hier gelandet sein, hier oder da. Und vorher sind wir hier rum und das haben wir alles gar nicht gesehen von da. Ich glaube, wir sind hier lang, nicht? Vorher. Dann hier irgendwie durch. Hier waren wir wahrscheinlich drin. Irgendwo. Und hier ging es nicht mehr weiter. Hier sind wir reingefahren. Hier. weil wir hier nicht mehr weiter konnten. Äh, egal. Na, aber ist doch trotzdem interessant, nicht? So, jetzt müssen wir nur noch genau gucken. Wir stehen, glaube ich, genau zwischen den beiden Sachen hier. Will er zusammen? Will er zusammen? Will er zusammen? Ist das ein Zufall? Oder sind wir hier echt zusammen? Das ist ja, wow. Okay, will er zusammen. Einfach auf den amerikanischen Virgin Islands. Mal wieder, ein deutsches Wort? Cool. So, die muss doch hier eingetragen sein. Will er zusammen? Christiane, C. Vista Villa. Es ist nicht eingezeichnet. Ah, das ist schlecht. Okay, gut, aber wie weit stehen wir von der anderen weg? Drei, drei Dinger nach Osten. Wir sind gedreht nach leicht Südwesten. Ah, pfff. Wird ich hier nicht oder weiter rein? Ich bin mir unsicher. Dahin sehe ich schon die Kurve. Vier Meter sind das? 20 Meter. Dann würde ich sagen, stehen wir hier. vier. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt sind wir in der Kurve bei acht, nicht? Neun, zehn. Also zehn zu vier in etwa. Und das sehe ich gerade. Das heißt, wir stehen irgendwo hier. so. Also das hier ist zehn zu vier. Zehn zu vier. Das heißt, dann stehen wir eher hier. 20 Meter. Glück gehabt. Warum stehe ich hier? Hä? Ich habe mich auf die Straße gestellt, aber der Punkt ist nicht auf der Straße, nicht? Was soll man da machen? Wenn das GPS und die Straßen nicht richtig eingezeichnet sind, sondern 20 Meter daneben liegen, dann kannst du noch so genau positionieren, wie du willst. Aber hey, wir haben es geschafft. Und jetzt können wir auch sehen, wo wir waren. Wir waren wirklich hier. Guck, erst von hier hat er mich hier runter teleportiert und nicht nach da und nicht nach dort, sondern nach hier und nee, doch nach hier und dann hat er mich nach hier drüben teleportiert. Guck, er hat mich zweimal, weil die geraden Striche sind immer, ich bin hier rumgefahren irgendwie und dann bin ich hier gelandet. Deswegen ist es dann natürlich super schwer herauszufinden, wo du bist. Wenn du fährst, plopp, bist du hier, plopp, bist du da, dann weißt du halt nicht, wie der Straßenverlauf war. Das kannst du auch nicht rekonstruieren. Wir hatten halt Glück, dass wir den Straßennamen jetzt hier hatten. Aber das ist an sich eine coole Insel und damit würde ich sagen, ab zu den Results. Wir waren in Sri Lanka, 6 Minuten Men, das war bitter, das hätte besser laufen können. US Virgin Islands, 21 Minuten, haben wir echt Glück gehabt. Schöne Verteilung heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.